Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Transport Inc. Leute, jetzt erstmal nicht wundern, dass ich schon ein bisschen einen Plan habe. Für mich sehe ich es doch schon lange her, dass ich das gespielt habe. Jetzt der Episode. Jetzt diese Folge ist aber sehr rezent, zumindest für mich teilweise, weil ich habe gerade schon fünf Minuten gespielt und habe dann gemerkt, dass ich die Aufnahme nicht gestartet habe. So, deswegen habe ich jetzt schon ein bisschen eine Idee, was ich hier, wie, wo, was mache. Deswegen mache ich es einfach. Und kann quasi schon aus meinen Fehlern lernen, bevor ich es überhaupt gemacht habe. Zum Beispiel weiß ich das hier, die Reparaturkapazität. Äh, ungenügend sein wird. Dass die da mal etwas schneller reparieren sollen. So, äh, durch Luxemburg war da ja noch ein bisschen was. Da reicht ein kleiner Transporter. Wir haben jetzt einen Kredit aufgenommen für eine monatliche Rate von etwas unter 40.000 im Monat. Äh, ist zwar ein bisschen Geld, aber ich denke mal, das sollten wir hinkriegen. Jetzt gleich gehen die Ferien los. Jawohl. Und jetzt gleich kommen die Busfahrer und meckern, dass sie wieder Geld haben wollen. Die waren mit 3.800 ganz zufrieden. So, jetzt geht es nämlich hier los mit den defekten Fahrzeugen. Äh, joa. Was fahrst du da eigentlich? Ich habe mich vorhin schon gefragt, was dieser Bus da macht. Und, ähm, naja. Irgendwas, irgendwas... Irgendwas fährt der, aber keine Ahnung genau was. Ähm. So, was wäre der nächste Plan? Der nächste Plan jetzt... Habe ich ungefähr meine 5 Minuten aufgeholt. Ich habe Groningen noch angebunden gehabt. Habe ich jetzt noch nicht. Ähm, was wäre der nächste Plan? Ach ja, und, äh... Ach was. Doch, da, hier. Der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann ist unterwegs. Auf und entschieden. Ich weiß nicht, was er hier macht, aber der verteilt wohl hier gerade Geschenke zwischen... Berlin und München. Das ist... Das ist vielleicht, äh... Amazons neuer Dienst oder so. Neben Amazon Prime gibt es jetzt den Weihnachtsmann. Keine Ahnung, aber, äh... Das ist mir vorhin auch so aufgefallen. Ähm... Schweizer, Österreich vielleicht als nächstes. Äh... Blutig Genf. Brüssel will jetzt nix. Guck mal da. Amsterdam, Genf. Äh... Schweiz scheint mir doch... Keine so... Schlechte Idee zu sein, als nächstes. So, wir lassen die Zeit mal ein bisschen... Schneller voran. Äh... Schreiten. Und kümmern uns vielleicht gleich mal. Wir haben... Jetzt wieder 40.000 für den nächsten Kredit. Das ist ganz in Ordnung so. Für die nächsten... Raten, die wir zahlen. Warum ging da jetzt 120 raus? Für die Gehälter, wa? Dafür gehen 60 raus. Ähm... Naja. Ich kann ja mal gucken hier bei den Finanzen. Was... Was hat da jetzt 120.000 Euro gekostet? Ähm... Einkommen... Blah... Kosten. Letzten Monat. 64.000 für... Für... Für die Fahrer. 40.000 für die... Fürs Darlehen. Ein bisschen was für die Schulden. Treibstoff. Treibstoff. Stimmt. Jawoll. Der Treibstoff. Okay. So, ja, wie gesagt, jetzt gehen uns hier in England am laufenden Band die Fahrzeuge... Fahrzeuge weg, aber... Die müssen jetzt halt irgendwie mit einem Depot erstmal klarkommen. Äh... 220.000... Wir können aktuell nur 15... 115 aufnehmen. Deswegen... Warten wir mal noch. Vielleicht... Vielleicht ist es auch gar nicht so blöd, jetzt erstmal abzuwarten, bis der Kredit abbezahlt ist. Und dann mal weiter zu gucken. Äh... Ja... Hier für England gibt es noch... Deutel... Noch... Viele, viele, viele weitere andere Strecken. Das Problem mit England halt... Was mir immer aufgefallen ist bis jetzt... Die wollen einfach eine komplett andere Geschwindigkeit, die man mit Bussen nicht hat. Deswegen tue ich mich mit England da auch wirklich schwer, weil irgendwie... Ähm... Ja, keine Ahnung. Also ich... England und Busse, das klappt irgendwie nie so ganz. Auch wenn der Start jetzt, äh... Finde ich phänomenal war. Also... Im Vergleich zu dem Start davor. Ähm... Aber allgemein... Ja... Äh... War so ein bisschen im Vergleich... Äh... Zu den anderen. Was zum Beispiel unser Nettoeinkommen ist. Wir kriegen ganz klein wenig mehr Einkommen als die anderen. Deswegen... Ähm... Ist das, denke ich mal, okay. Wir müssen halt nur jetzt auch am Ball bleiben. Ähm... Was definitiv jetzt gar kein... Na toll. Was jetzt definitiv als nächstes überhaupt gar keine schlechte Idee wäre, wäre hier erstmal ein Depot aufzubauen, Weil die... Gehen uns auch alle gleich... Flöten. Jawohl. Jawohl. Jetzt gehen sie... Na toll. Jetzt gehen uns die Fahrzeuger alle flöten. Ich glaub's doch nicht. Oh, oh. Ja, und die sind auch an keinen Manager gebunden. Nicht weil... Boah. Alter. Junge, Vater. Das Ding ist, wir können halt auch nicht rüber nach England. Ähm... Was sind die Straßenfahrzeuge und Straßenverbindung gibt's rüber nicht? Wo... Das Geld geht ja echt hier... Äh... Zweimal noch. Okay, aber... Ich würde mal sagen, wir machen hier mal so lang wie möglich. Also... 300.000. Mal eben so auf die Hand. Äh... Wo ich erstmal hier definitiv ein Depot hin. Dass man die Fahrzeuge reparieren kann. Weil das wenigstens weiter funktionieren kann. Ähm... Joa. Verdammt mal wieder raus. Und fährst du noch ganz klein wenig reparieren. Und dann fährst du wieder raus. Und dann gehen wir hin und sagen jetzt erstmal hier den Manager. Äh... Äh... Jawohl. Nehmen wir erstmal noch die anderen Fahrzeuge mit. Dann kümmert sich jetzt der Manager drum. So. Hier kriegen wir noch einige Fahrzeuge hin. Oh! 230.000. Oh! Soll ich mal ein bisschen hier... Ähm... Geh mal ein bisschen auf Risiko. Und... Nehmen wir mal die Schweiz hier. Weil die Schweiz haben wir zum Beispiel sowas hier. Äh... Genf, Lüttich und Genf, Amsterdam. Ähm... So wie auch Bern-Luxemburg. Äh... Die zumindest theoretisch sehr, sehr, sehr schön aussehen, wie ich finde. Äh... Müssen wir gucken, dass das auch so kloppt. Scheiße! Das war gerade zu spät. Ja, Weihnachtsmann! Ist gut! Der Weihnachtsmann, der holt hier... Also entweder bringt es nach Berlin oder holt es von München. Ähm... Ja, warten wir mal ganz kurz ab. Aber Bern-Luxemburg werde ich zumindest mal versuchen. Was da so geht. Das sind ja nur Waren. Die sind ja... In der Regel etwas günstiger zu unterhalten. Äh... Deswegen sollte das eigentlich gehen. Der ist natürlich voll. Ah! Ist okay. Es bringt ja... Es bringt... Nix da mehr... Plätze im Depot zu... Also mehr Parkplätze im Depot zu bauen. Ähm... Wenn man nur eine... Reparatur machen kann... Ne? Bringt es halt nicht unbedingt viel. Äh... Der wird hier auch gleich... Äh... Aufgeben... Perfekt! Das... Wie... Wie vorher gesagt. Was haben wir hier aktuell... Was haben wir hier aktuell... Äh... Wir haben... Theoretisch... Alle... Güter hier... Verbunden. Ähm... Da haben wir jetzt noch keinen Bus drauf. Joa... Wir müssen erstmal hauptsächlich... Bisschen warten hier jetzt. Dass wir mal... Etwas... Geld rankriegen. So, jetzt sind die Fahrzeuge hier... Zumindest mal alle repariert... Und die sehen hier... Äh... Gar nicht mal so gut aus... Aber okay. Die... Kommen... Die kommen klar. Die kommen klar. So. Wir warten... Wir warten, dass wir hier Geld rankriegen. Los! Ich will... Weitere Fahrzeuge hier... Auf die Strecke schicken können. Können wir noch einen Darlehen aufnehmen? Äh... Wir müssen hier nämlich... Ne... Jedes Mal... 30.000... Da bezahlen. Das... Schon ganz schön belastend... Wenn man gar nicht so viel reinkriegt, wa? Wir machen... Wir machen... Etwa... 150... Wir machen... Mehr Minus... Als mal Plus machen. Und die Fahrer sind schon wieder unzufrieden. Alla... Ist gut, Jung. Äh... Okay... Äh... Was ist der Plan? Der Plan ist... Ähm... Ja... Äh... Äh... Ich meine... Viel mehr als abwarten können wir eigentlich nicht machen. Äh... Abwarten und hoffen, dass sich das Ganze noch fängt, die Situation. Ich meine... Ich könnte noch mal einen Kredit hier aufnehmen. Für etwas Geld. Aber das sind halt dann noch mal so viel mehr jetzt. Ähm... Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut ist. Werden wir sehen. Ähm... Auf jeden Fall habe ich... Zumindest aktuell die KI... Habe ich nicht die KI, die mir an die Fersen rückt. Äh... In dem Sinne aktuell noch entspannt. Aber ich weiß ja, wie es letztes Mal bei Lasa gelaufen ist. Äh... Äh... Auch unscheinbar und plötzlich quasi hat sie gewonnen. Äh... Mal gucken, ob wir hier aus den Schulen wieder rauskommen. Äh... Ich würde sagen, das war's dann jetzt schon für diese... Diese Episode, äh... Zwischen dieser und der nächsten Folge, werdet ihr einfach nur ein bisschen laufen lassen. Irgendwie fünf Minuten abwarten. Äh... Dass wir vielleicht aus den Schulen rauskommen, dass wir ein bisschen Geld haben, damit wir was... Beim nächsten Mal direkt anfangen können. Und ähm... Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020